Liebe Freunde, heute gönne ich mir auch einmal eine Pause so inmitten der Wahlbewegung, um einmal den Kopf frei zu kriegen, um Energie zu tanken hier in der schönen Region im Walgau. Das Thema Regionalität liegt mir ganz besonders am Herzen. Ich bin überzeugt davon, dass es in Zukunft auch gemeindeübergreifende Kooperationen braucht und dass wir überregional miteinander zusammenarbeiten müssen, dass wir uns die Hände reichen und gemeinsam auf den Weg gehen. Ich stelle mir vor, dass in Zukunft nicht jede Gemeinde allein alles anbietet und zu leisten hat. Es ist mir wichtig, miteinander Lösungen zu schaffen, sei es im Bereich der Pflege, der Bildung oder Kinderbetreuung. Es gibt eine Reihe guter Beispiele bei uns in Vorarlberg, die bereits umgesetzt worden sind. Es benötigt aber auch Anreize und Modelle, um diese Zusammenarbeit zu intensivieren. Meine Erfahrungen haben mir gezeigt, dass letztlich jeder davon profitiert. Die Bürger, die Gemeinde und die Region. So, liebe Freunde, es geht weiter. Die Pause ist vorbei. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich am 15. Oktober mit eurer Stimme unterstützt. Mehr von mir gibt es auf meiner Homepage auf www.martina-s.at. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch. Ich freue mich auf euch. Vielen Dank.